Sobald er ihn überschreckt, hat er keine Möglichkeit, eine Freude trinken zu machen. Auch der Gegner hat natürlich keine Angst. Hier ziehen wir uns. Hier genießen wir dich nicht schon drinnen. Hier bereitet du dich nicht schon. Das ist das, was wir einmachen. Wir sind dann viel zu langsam. Wir wollen ein Teil am anderen machen. Das wollen wir gemeinsam mit dem Körper. Nicht rotieren, sondern rotieren. Eher zusammenziehen, weil wir schon öffnen. Zusammen und öffnen. Wenn der Fuß natürlich von unten kommt, ist es auf jeden Fall so, dass die Fustechnik eine Richtung von unten macht. Das ist schwierig, es ist das zu sofrestiert. Nur welchen. Hör euch wiederum. Und dann an die Fustechnik und dann gleich zu einem der Luft geflasest. Das ist das Grund, wenn der Luft geflasen wird. Übrigens. Ah, F lengthier ist das, wenn wir hier helfen. Hier ist du den Weg. Und dort haben wir einmal noch. Wieder diese Körpermitte in die Linie. Wenn sich das Knie wegbewegt, dann bewegt sich auch diese Körpermitte. Und da bewegt es sich oben. Das Knie, der Punkt des Knie ist, das Fleisch. Und jetzt haben wir den Soll und Bein trainiert. Und wenn dieses Prinzip verstanden ist, dann kann er die Hände runterlassen. Und das? 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 Okay? Und der Schwerpunkt soll nach unten gehen, nicht da drüber. Also soll nicht da drüber ran, sondern nach unten. Schau her. Das ist falsch. Das ist viel zu gefährlich. Mein Bein, Ellenbogen und Ellenbogen zueinander führen. Schau her. Zueinander. Knie. 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 Von der Schulter. Von der rechten Schulter aus. So,これは? Knie. Ok? Das ist glibben. Das ist glibben. Ein fl thousandserradoren. So, ich meine, die. Das ist glibben. Das ist glibben. Und das? Knie. Das ist glibben. Damit dann immer noch anziehen. Das ist glibben. Geleb Owl. Und das glibben. Das ist glibben. Ja, das ist das Wichtigste. Und hier geht's. Und dann? Okay. Und dann? Und dann? Soll ich das? Das ist ja, das ist das, dass ich das. Das ist ja, das ist das. Das ist eigentlich die richtige Ausführung. Viele von uns kommen von der Seite oder hier von der Seite. Aber eigentlich ist die Technik von der Mitte heraus eine Form. Das ist das. 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 Wichtig dabei ist wirklich von der Mitte aus. Von der Mitte heraus. Das ist das. Keine Chance. Wenn ihr euch einmal gegriffen habt, habt ihr keine Chance die Arme auseinander zu kriegen. Das ist schlecht. Das ist nicht für sich. Aber nein. Das ist zu gefährlich. Eine Punch. Das ist eigentlich die Ausgangsposition. In der Kata ist das. Das hier. Aber eigentlich in der Realität wäre das. Das wäre realistisch. In der Kata hat er uns zwar erklärt im Kopf, aber das ist zu gefährlich. Wir sehen. Okay? 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 Okay. Achtung!